So, jetzt testen wir dieses Spiel, das gerade eben rausgekommen ist, also wir haben Vorzugriff, Genshin Impact, das dauert ewig lang da, die Sachen alle runterzuladen, ich glaube 8 GB Festplattenspeicher, wir haben uns für die Vortestung da angemeldet, also es sah ja wirklich vielversprechend aus, wirkt ein bisschen wie WoW, aber keine Ahnung, ich habe WoW nicht gespielt, muss ich sagen, es hat mich immer angekotzt, weil die Leute immer so, ich weiß nicht, wir haben uns so ein bisschen abgestreckt, das zu spielen, so, aber naja, jetzt werden wir dieses Spiel hier mal testen, das ist wirklich riesig. Wie gibt es Grafik? Ich wähle einen der Geschwister, wir nehmen mal den hier, ich kenne meinen Namen, wie heißen wir, heißen wir, Jack, ja komm, Jack, ich kenne meinen Namen, Jack, ja, heißen wir Jack. Was ist denn das? Okay, auf jeden Fall Fantasy-mäßig, das ist das Ding. Ich weiß nicht, weil ich mir die Kennte dann bin, ob die eher so RPD-mäßig sind, oder eher so Action, weil das gefällt mir fast besser, so Kampfbildschirmen, ich weiß nicht. Die Stiebe können auch cool sein, aber es nervt manchmal einfach nur, wenn ständig geht mir einfach so rum. Ja, ist in Ordnung, ah, ja, die Ladezeiten sind halt auch extrem hier, aber wir hauen uns das jetzt einfach mal rein. Und schauen mal, wie es denn tatsächlich aussieht, dieses Spiel hier. Hat es ja gleich geladen, die Scheiße hier. Du bleibst hier. Ja, hopp, komm schon, was soll'n das? Soll jetzt ewig warten, jedes Mal. Aber bei den Ladezeiten vergeht müssen halber. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber ich möchte wissen, dass... Wenn ich wohnen lasse, war ich ganz allein, bis ich dich vor zwei Monaten kennengelernt habe. Ja, Paimon hat dich wirklich für das, sonst würde Paimon wahrscheinlich verraten. Also Paimon wird unser Bestes, um ein großer Mann zu sein. Ja, ist in Ordnung, kann man das nicht überspringen irgendwie, die Scheiße hier. Ja, ist in Ordnung. Das tut mir leid, aber die Scheiße da tue ich. Kamera, Perspektive. Viel zur Position hier. Viel zur Richtung. Ah. Bewege. Cool. Ah, jetzt können wir die Kamera... Ah, das Spiel sieht ja mal richtig. Hier. 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 Also das Spiel gefällt mir doch, muss ich ja sagen. Sehr schön. Steuerung passt. Weil bei manchen hast du auch zu viel, okay. Ja. Ja, also so laufen können wir jetzt nicht. Ah, da unten haben wir was. Hallo. So. Ja, du Wunder. Wir können gleich den Joystick einsetzen. Das, um anzukälen. Ja, ja. Da unten haben wir etwas. Ja. Ja, ja. Das sind wir hier. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das können wir hier. Da ist das Karatenpastel. Also so auf dich gefällt mir das. Das ist cool. Das sieht so aus. Okay, let's take the route we planned. Jetzt müssen wir hier kämpfen. We are off to a statue of the Seven. Also grafisch wirklich. Which of the Seven are you looking for exactly? Ah, da hinten weiter geht der. Ah, hier ein Abflug oder was? Ja. Der noch ruf der, komm her damit. Der noch ruf der, komm her damit. Was ist das? Ich mache hier mal eine kleine Pause rein, weil ich hier meine Knöpfe setzen will. Zum Schluss haben wir hier die Knöpfe gesetzt. Kann ich mit dem Drücker hier steuern. Das ist gleich mal viel angenehmer. Also das ist wirklich... Das ist ein Statue of the Seven. Das ist ein Statue of the Seven. Da sind ein paar von diesen Statues geteilt among the Seven Gods. Paimon ist nicht sicher, ob der God you're looking for is the Animal God, but... Paimon will take you to the Animal Gods place first and... Okay, cool. Da ist irgendwo der Wind drin. Da ist halt ein Aufwachsmenge wie hier. Okay. Ops. Das war jetzt nicht ganz so gewollt. Aber das war jetzt glaube ich nicht... Ich glaube das war jetzt eher weniger optimal jetzt hier runter zu stürzen. Nur mehr Glück gehabt. Da wird bestimmt jemand da sein, der über deine Freundin kennt. Zumindest das ist das, was Paimon denkt. Wird die Gods eigentlich antworten, ist eine andere Geschichte. Du wirst nie wissen, wenn du es versuchen kannst. Also los geht's! Wie viele Minuten haben wir? Ja. Wir können noch... Wir können aktuell leider nicht mehr als 15 Minuten machen. Aber das ist ja kein Problem. So kommen wir auch nicht in Speicherprobleme. Aber ich muss schon sagen, die Welt... ...wirklich sieht gut aus. Du Dreckspatz. Du Dreckspatz. Dreckspatz. Ah, jetzt haben wir hier die Karte, aber das ist natürlich nicht, ich glaube, das ist nicht die ganze Karte. Das ist noch deutlich größer, der ganze Scheiß hier. Ja, ich drücke auf die Elementartigkeit loszulassen. Ja, ich glaube, das ist nicht die Karte, ich glaube, das ist nicht die Karte. Das ist nicht die Karte, ich glaube, das ist nicht die Karte. Das ist nicht die Karte. Das ist die Karte, das ist die Karte. Das ist die Karte. Die Karte ist der Karte. Okay, dann hauen wir die Fähigkeit nach L&R rein, würde ich sagen. Oh, scheiße man. Why? It's headed towards the heart of the forest. We must proceed with caution. Ja, ja! Oh ja, das war doch doch. Wo? Gehen wir noch kurz zu dem Kreuz und dann würde ich sagen, dann beenden wir den Teil. Ok, ich werde den Teil beenden wegen Hochladeschwierigkeiten, wenn ich... vielleicht mache ich den nächsten Teil auch noch, wenn ich dann... So, ich werde den Teil beenden.